Dann wäre ich hier, würde es hier anfangen, das ist eigentlich ganz gut, von der Sache an sich. Nur, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme, da möchte ich die Warte schon einreißen von dem. Das heißt, wenn ich das Ganze hier anfangen würde, würde ich aber entsprechend oben an und woanders rauskommen. Man muss trotzdem mal. So. So. Auch hier habe ich schon mal das Problem dann. So oder so, das Problem hier ist, das haben wir einfach an der Stelle dann. Heißt, ob ich doch ein sehr kleines Zimmer, wenn ich das so machen müsste. Warte, was ist mal hier die Dinge ziehen, die beiden Zimmer. Ich könnte auch noch mal nach vorne rücken mit dem ganzen Gedöns. Dann war das auch nicht wirklich gut. Dann kann ich hier jetzt keine Tür reinbauen, wo ist das am Weg? Oh. Ei, 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 ei. Lass mal hier das Ding fertig machen, so. Da sind da die Türen drin. Hier die Trennwand. Das heißt, alles davor habe ich jetzt eigentlich für mich, um die Treppe zu bauen. Da werde ich aber irgendwie noch einen Weg finden, das drumherum zu kriegen, oder wie. Daddel, 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 daddel. So, mit Treppen ist es einfach an der Stelle ein bisschen leichter, weil man dann eben ein bisschen mehr Platz hat für alles. So, da kommen wir hier oben. Aber ich muss das auch noch festmachen, siehst du? Weil das kommt ja dann so. Letztendlich. Kann ich es da schon machen? Moment. Es ist zu dunkel, ich mach einmal Tag. Ah, genau, da muss ich jetzt dann sogar hier einen reinbauen. Weil so ist das schon dann. Ach, siehst du, da muss ich ja dann reinbauen, sowieso. Hm. Das ist ja auch generell dann, Moment, jetzt mal zuwache alles. Das ist hier alles nachher dicht. Ach, siehst du, da muss ich jetzt mich, äh. Da passt das ja wieder, wenn was dazwischen ist. Der ist ja ein Bereich hier, wo man das dann abgrenzen kann. Zack, zack. Zack. Das kann es natürlich genauso. So. Es ist genug Platz für eine kleine Küche und ein Bad auf jeden Fall, in beiden Fällen. Auf beiden Seiten, das ist in Ordnung. Kann man so machen. Hier müssen natürlich dann getönte Scheiben rein, wenn das das Bad wird. Oh, da fällt doch ja das Bad, das Bad würde ich ja dann hierhin hauen. Oder Garten ist hier. Hallo, ich bin Lucky, ich gucke mich an. Oh, haha. Äh, besser da drüben als da, wo die ganze Hotelgäste sind, oder was? Ja, aber hallo. Würde ich schon sagen. Ähm, mach mal ein bisschen Licht machen hier. Jetzt habe ich das hier alles für die Treppe. Das da bringt mir jetzt wirklich nicht viel. Es sei denn aber, ich komme da dann an. Wenn ich da ankomme, wäre das schon mal gut. Das heißt, hier bräuchte ich dann aber so ein. Ich glaube, so wird das was. Hier käme ich zum Beispiel lang, ne? Und da jetzt Treppe machen. Na. Das passt nicht. Nein. Mist. Wenn ich jetzt so machen würde. Äh? Achso, weil das da ist. Haha. Hm. Wenn ich hier eine Treppe hin mache. Äh. Gehen die Treppe ständig aus hier. Da müsste ich hier vorne ankommen. Die Wendeltreppe auf diesem Platz. Nein, da ist doch keine Wendeltreppe hier. Ganz normal von vorne. Weil so käme ich da ja hin. Ach, auch nicht. Ach. Gummeltreppe. 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 Dann müssten wir das wieder so machen. Näh. Mit, äh Ja Wie eine Treppe Und Hier auch eine Treppe Ich will es doch keine Wendeltreppe, sondern eine Beidstehtreppe am Ende, so wie es gerade aussieht So, und dann müsste ich das ja So machen Zack Geht das immer noch, ja Das geht wahrscheinlich sogar noch, weil ich dann hier die Zimmergrenze sowieso habe So, dann wäre dann das, äh, hier hin zu machen Mist Rest So Geht das jetzt als Treppe Ja Erstaunlicherweise tatsächlich Ich kann ja auch ruhig gehen hier, für das Voll gut Ich glaube, so kommen wir langsam an So Und dann natürlich, ja, so ein Und hier den Natürlich andersrum Ah, Mann, geh weg Und so kommen wir hoch Tatsächlich Wir können sogar Ja mal dicht machen, oder? Das geht auch Wunderbar Ähm, nicht ganz wunderbar Das muss schmierende Treppe sein Oder warte, nein, kann ich, ich kann auch so machen Ist ja hier in Ordnung, das passt, ja Da, 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 da So, dann gebe ich auch sowas hin So, dann wären wir auf der Ebene Bisschen frickelig das Ganze Ganz so geil Das war per se Machbar auf diese Weise Hat hier so was zum Verstecken Irgendwie So noch Mini-Hauswirtschaftsraum dann Wenn man so möchte Oder ich mach hier doch alles mit Halsstämmen Durch nach oben Der einzige Haken jetzt, den ich für dich habe Du hast hier keine Sicherheitssachen Kein Geländer und nix Auf diese Weise Du kannst hier kaum runterfallen Und dann ist es mal interessant So eine Treppe hier zu haben Möchte ich sagen Interessant, das trifft es, ja Aber, hm So Ganz dicht hier So, dann gäbe es dann hier halt einmal Eine Tür Zack, zack Klimbim Da eine Tür rein Und dann gibt es hier noch eine Tür Ähm Ah, mein Fichtenholz geht aus Das ist ja mal überhaupt nicht schön Das freut doch so oft Äh, Regen gibt es auch noch Wenn ich hier eine Treppe hinbauen Können die auf beiden Seiten Ne, aber Äh, natürlich Quatsch Das ist, äh, eine gewöhnungswürftige Treppe Letztendlich Ah, Dreck Aber es funktioniert Erstmal Das ist so der wichtige Punkt dabei Schauen wir mal, es bleibt wie es ist Es ist schon lustig, das so zu machen Ich passiere kein Problem mit Ich hätte nur gerne auch hier Irgendwas Was zu einem Weg ist Einfach so Soll ich da noch den einen Der Das vielleicht Oder Wenn ich jetzt nicht schieße, suchen wir sowieso nicht ran Dann kann ich da auch ja nicht machen So Und Dreck auf Theorisch ein höher gesetzt werden Reicht der schon aus Bis er da nicht langkommt Siehst du Ah, hier habe ich ein Geländer Komm ich auch nicht runter Dann müsst ihr nur hier was davor bauen Was auch nicht, weil das schwierig ist Denn zack Einfach die Dinge Wobei ich da jetzt keinen Dunkelreichen Zaun nehmen wollen würde Das wäre sowas Das ist doch ganz nett Hier ist ein kleiner Durchgang Muss ein bisschen drucken Aber was soll es Naja, man kann ein bisschen springen Also man hat ja genug Platz So Sowieso nicht durch Das ist sehr gut Mein Höhe bauen es jetzt sogar Ist auf jeden Fall mal Interessant Es funktioniert ja auch Also alles top Lass mich was ist Sun Das lassen wir mal so Finde ich sehr gut Das hier muss noch weg Teil einer alten Idee Die Mist war Letztendlich Mist war So Von oben ist es ja Ein Haushalt So Cool wäre es ja Wenn man sich das hier anschregen würde Nach dort Aber Das würde doof aussehen Und auch Innentechnisch Viele Platze hacken eben Deswegen wird natürlich auch Wieder hier Angestellt Hier wird es ein normales Dach Würde ich mal sagen Den Platz habe ich ja Hier an der Stelle Oder Das ist hier wieder Der Abstand der übliche Dockt da zwar wieder an Aber es ist nicht schlimm So Auch bis hier ran Dann wird es halt Mit der Stadtmauer da vereint Das ist für mich jetzt auch Nicht so was Problem Das halte ich ganz optimal Letztendlich aber Ich kann damit durchaus leben Die Frage ist Was mache ich hier Lade ich es einfach so Normalerweise muss ich auch noch Ein dichter dran sein Na Äh Oh Mann Oh Gibt auch so Wenn ich es so mache Ach Stört doch keinen Eigentlich Das ist hier ein bisschen Übergittern das Ganze Hoppapa 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 Halt Das ist schon falsch Dann Wollte ich ein anderes Dach haben Aber siehst du Die sind da oben ja blöde Wenn ich das da lang mache Aber lass mal erst mal Das trotzdem versuchen Mit der typischen Bauweise von mir Zack zack Eins zwei drei Noch Zack zack Eins zwei Oh Die nicht richtig So Ist klar Zack zack Jetzt brauche ich wieder mal Diese hier Flop 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 Zack 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 Ich habe schon wieder Nichts mehr Das ist ja ärgerlich Nein Wird eng hier oben Mit dem Ne Ich könnte die eine Seite Dann noch einreißen Sollte ich wahrscheinlich auch Ich brauche ja vor allem wieder mal Zeug Was ich nicht habe Oh man Zu viel Verschleiß hat an Treppen Und Also Cobblestone Zeug Insgesamt Meine Güte So Weil ich ja nur die Ränder ziehe Dann mit den Dächern Dass ich das Ganze daran sich mache Trotzdem Na Kommst du schon Aber ich soll es nur eine Ebene sein Also hier ist das Das allgemeine Wohnzimmer Hier oben Ein einziges Zimmer Kommt die neue Etage rauf Das geht da gar nicht mehr Das geht nicht Auch nicht hin Also Flur Schlafzimmer nicht Wohnzimmer Wohnzimmer mit Gästen Zeugs Und so In der minimaler Hauswirtschafts Bereich Bad Küche Und oben dann das Wohnzimmer Schlafzimmer Für dort und für dort Ich würde auch ein Freizeitzimmer Da drüben Aber hier Arbeitszimmer Am besten noch Sowas in Richtung Und dann haben wir das Ganze gegessen So Ganz einfach Zack 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 Äh Das geht natürlich nicht Ist logisch Tja An der Stelle würde ich sagen Vielleicht dann Spitz Fällt da bestimmt kaum auf Dass es hier dann irgendwie Ups Dass es hier sich sowieso Bisschen beißt Das Ganze Fällt gar nicht auf Fällt gar nicht auf Oho ho ho Man wie soll es auffallen Hat sich alles zugebaut eigentlich Das sollte also wirklich funktionieren Mal gucken da aber nicht ich habe so ein Fensterchen einbauen hier an der Stelle mache ich auch da kann ich das Fensterchen, das ist lustig hallo, ich bin eingefärscht, oh guck mal Hotel, oh was macht die denn da, oh ja, ja so einer wohnt hier, unglaublich auf beiden Seiten das ganze, wenn man sowas schon hat ist klar, ne zack, 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 zack ich bin so arm auf Holz und alles, das ist total dramatisch zack, 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 zack jetzt muss ich eigentlich wieder an den Glocken, also, hm der ist schon am Rand eigentlich hm auch ganz gut, dass ich hier quasi drei fast gleich große Bereiche sind weil es ja hier am längsten nicht sein wird, weil das ja auch ein bisschen rüber geht dann dem, aber naja aber was mache ich jetzt, ich frage gerade ich brauche jetzt wieder so ein wie wird es erst hier ist ja noch ein bisschen was nur, dass Spitz zulaufen hilft, alles nix und dann bis hier und dann bis hier ist Schluss das heißt da ist jetzt auch das bam bam baddle 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 baddle